E-W-R-M-S-I-D-E Abenteuer. Äh, Welttyp. Hoch. Aktiv. Aktiv. Tiere. Ah, hier kann ich hier verschiedene Tiere anwählen. Kaninchen, Rhinoceros, Schaf, Tiger. Fuchs, Reh, Wildschwein. Vegetation. Erze. Dungeons. Das machen wir alles an und generieren einfach mal eine Survival-Welt, Leute. So. Rising Worlds heißt das Game, Leute. Und es ist quasi ein weiterer Minecraft-Klon, allerdings auf einer komplett anderen Engine und soll super, super heftig sein. Ich habe darüber jetzt schon mehrere Sachen gelesen. Ich habe sogar in meiner Steam-Liste zwei Leute gefunden, die das Spiel spielen. Unter anderem auch Tobi S. Cation, aber der spielt auch wirklich jeden Scheiß. Drücke J und deinen Journal. Alles klar. Da ist dein Schaf. Ich habe eine Axt und ich haue jetzt das Schaf. Öffne erstmal meinen Journal. Erste Schritte. Willkommen in einer neuen Welt. Du wirst feststellen, dass du... Blablabla. Zuerst soll ich etwas Holz sammeln. Nimm die Axt. Ja, ja, ja. Okay. Wieso kann ich denn das Schaf nicht hauen? Kann ich... Ah, jetzt habe ich Wolle gesammelt. Jetzt habe ich Kürbisse gesammelt. Bruder, kann ich das hauen? Nee, kann ich nicht. Okay, ich gehe erstmal Holz sammeln. Es erinnert schon stark an Minecraft, ja. Ah. Ah, okay. Oh Gott, der Baum fällt wirklich um. Ähm, okay. Ich weiß nicht, ob ich das gerade richtig mache. Ich habe keine Ahnung. Muss ich das jetzt nochmal klein hauen? Okay, jetzt kann ich das Holz nehmen, oder was? Ah, okay. Ich kann das mit F looten. Ah. Ah. Nicht. Bruder. Ah. Lass mich in Ruhe, Ziege. Ich wollte nur ganz kurz. Ah. Oh mein Gott, warum ist die Scheißziege so schnell? Ah. Hilf mir, Schwein. Ah. Oh. Ist der noch immer hinter mir? Ah. Ah. Wie schnell ist denn diese Scheißziege? Oh mein Gott. Bitte lass mich in Ruhe. Bitte, 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 bitte. Ich habe mich verklickt. Ich wollte das nicht. Ich glaube, sie ist weg. Meint ihr, ein Schwein greift mich auch an? Ja, das läuft weg. Hahaha. Los. Was? Stirb. 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 Stirb doch. Ah. Ich laufe auf dem Schwein rum. Ich reite das Schwein. Okay. Stirb. Bruder. Bleib doch. Ich will doch nur dein Fleisch. P-P-P geht auf dem Spiel auf jeden Fall schon mal gar nicht klar. Oh Gott. Oh Gott. Da ist die von der Ziege. Meint ihr, die Ziege hilft dem Schwein? Nee, ne? Jetzt kann ich das Schwein einfach töten. Das steht hier fest. So, und jetzt hauen wir auf dem Schwein rum, oder was? Inventar. Da sind Becken. Und jetzt kann ich was machen? Körper verstecken. Alles klar. Der Körper ist einfach verschwunden. Hier ist mein Holz. Inventar. Crafting. Herstellen. Da brauche ich mehr Holz für. Oh mein Gott, brauche ich dafür viel Holz. Okay, Leute. Jetzt wird erstmal Holz gefahren. Ist ja geiles Game einfach. Ist ja mal ultra geil. Viel, viel friedlicher als Minecraft. Ganz anders irgendwie. Nicht so stressig. Wenn das Ding jetzt auf meinen Kopf fällt, tut das mir einfach nicht weh, weil, ich meine, wer kennt es nicht, Leute? Wenn einem einen Baum auf den Kopf fällt, das juckt ja eigentlich nicht, oder? Ist mir schon öfters passiert. Bei jedem Wirbelsturm kriege ich irgendwelche dicken Äste auf den Schädel. Juckt der aber gar nicht. Gottes Höhe, das dauert ja Jahre, bis ich hier irgendwas habe. Da hinten ist Eisenerz. Eisenerz, Leute. Eisenschwert. Dann können wir uns endlich an den Ziegel rächen. Ah, okay. Man kommt doch relativ schnell rein. Das macht schon eine Menge, Menge Bock. Hier haben wir Eisen. Ich verschwende das bestimmt damit, oder? Kann ich jetzt hier einen Stein eigentlich mit abbauen? Geht das? Oh, Steine. Ich habe Steine bekommen. Ist ja geil. Oh mein Gott, ist das krass. Man kann es so richtig in den Berg reinbauen. Viel, viel geiler als bei Minecraft, Alter. Leute, das nächste Cropstack wird auf jeden Fall in so einem Spiel stattfinden. Scheiß mal auf Minecraft, Leute. Auf geht's, Mann. Neue Welt, neues Leben. Okay, Crafting. Allgemeines Spieß, Bratspieß, Feuerstelle. Kleiner Unterschlupf. Wie viel Holz habe ich denn jetzt schon? Ich brauche... Oh mein Gott, brauche ich noch viel Holz, Alter. Ich habe gar keinen Bock, so viel Holz zu farmen. Was ist das? Oh, lecker. Ein Kirschbaum. Ah, nee, den fälle ich besser nicht, weil das wäre ja dumm. Weil da kann ich ja immer dran essen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, fälle ich jetzt erstmal 4000 Holz und wir sehen uns dann wieder, wenn nicht 4000 Holz gefällt. Okay, Leute. Ich glaube, ich habe genug Holz gesammelt und ich würde sagen, wir gehen das direkt mal hin und craften irgendwas zusammen hier. Wir nehmen Stock? Was für Stock? Ich dachte, ich brauche Holz dafür. Sag mir jetzt nicht, dass ich dafür diese kleinen Bäume hätte abbauen müssen. Och, nee, Leute. Och, nee, komm. Aber ich will jetzt... Wenn jetzt da Stöcke rauskommen, dann bin ich echt sauer. Dann bin ich echt sauer, Leute. Ich dachte, da stand Holz. Kommen jetzt hier Stöcke raus, oder was? Nee, das ist auch Holz. Hä? Aber wie mache ich denn Stock? Rohstoffe. Ah! Jetzt kann ich hier Stöcke herstellen. Ja, gut. Ja, gut. Ja, ja, okay. Okay, okay, okay. Ähm, also auch ein großes Lob an mich und mein Gehirn. Ich glaube, es wird Nacht oder sowas. Oh Gott, ich brauche unbedingt ein Haus. Okay. Äh, allgemeines. Kleiner Unterstopf. Hergestellt. Okay. Den stellen wir erstmal hier hin, Leute, weil den will ich hier stehen haben. So. So. Da kann ich jetzt drin schlafen, oder was? Ah. Und jetzt schlafe ich gerade. Okay. Interessant. Und jetzt wache ich wieder auf. Das ist ja der Hammer! Jetzt möchte ich eine Feuerstelle bauen. Dafür brauche ich Steine. Ich sammle jetzt Steine. So, und du weg hier. Lauf! Los! Verpiss dich, Laden! Das ist meine Welt hier. So. Steine sammeln. Steine. Steine. Wir bauen jetzt erstmal eine Werkbank, weil ich glaube, das ist sinnvoll und ich bin der Meinung, dass wir unbedingt eine Werkbank hier brauchen. Und zwar... So. Da steht sie jetzt. Okay. Und an der Werkbank kann ich dann sicherlich noch mehr Sachen machen. Wenn ich jetzt nämlich mit F interagiere, kann ich nämlich jetzt noch viel, viel mehr, Leute. Oh Gott! Okay. Jetzt kann ich eine Menge craften. Jetzt kann ich eine ganze Menge craften. Guck mal hier. Oh! Streitkolben! Oh! 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 Eine Muskete! Oh! Geil! Man kann Waffen bauen! Boah! Ich brauche unbedingt ein Eisen. Okay. Gab es noch Werkzeuge? Werkzeuge? Da. Spitzhacke. Ein Eisenbarren. Okay. Das heißt, ich kann wahrscheinlich Holzhacke, Vorschlaghammer. Oh mein Gott. Oh! Oh! Warte mal. Ich mache mir jetzt erstmal einen Ofen, Leute. Oh Gott! Ich fühle das Game gerade. Leck mich am Arsch, fühle ich das Game gerade. Oh mein Gott, Leute. Das ist wie das erste Mal Minecraft spielen gerade für mich. Auf jeden Fall werden wir später nochmal den Multiplayer ausprobieren. Boah! Ich bin gerade so gehypt, Leute. Verdammt normal. Ich habe gleich einen Arzttermin. Ich will gar nicht erst da hingehen. Okay. Wir brauchen einen Schmelzofen, Leute. Und wir brauchen Eisen. Und dann mache ich mir einen Kolben. Und dann haue ich mit dem Kolben erstmal die Ziegel kaputt. Boah! Alter, das ist ja nice. Das ist genauso ein Blockprinzip wie bei Minecraft. Ey, ich bin gerade hin und weg von dem Game. Guckt mal. Ich kann wie bei Minecraft Stripmine gehen. Ich habe Angst. Gibt es hier Monster? Gibt es hier Monster? Ich weiß es gar nicht. Wenn hier Monster kommen, dann wäre das natürlich nicht so geil. Wir müssen unbedingt eine Mauer bauen. Wir brauchen eine Mauer, Leute. Oh mein Gott, bin ich gerade motiviert. Wir bauen jetzt einen Schmelzofen. Wir bauen einen Schmelzofen. Wir brauchen Lichter. Nein, 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 nein. Eimer. Oh, oh. Dynamit. Oh. Eine Uhr. Alt. Kompass. Alt. Ach du Kacke. Ach du Kacke, Leute. Was kann man denn hier mal alles... Oh Gott. Ich brauche 64 Steine. Okay. Dann würde ich sagen, Leute, kurzer Schnitt bis zum nächsten Mal, wenn ich meine Base richtig krass aufgebaut habe und alles ultra heftig ist und ich bin der König der Welt. Ja! Okay, Leute. Schaut euch mein Lager an. Hier steht sogar jetzt ein Schild. Hier wohnt Revien. Zum Glück kein Dehner. Ich habe einen Ofen. Ich habe alles. Ich habe eine Gartenfackel, Leute. Ich habe eine gottverdammte Gartenfackel. Okay, okay, okay. Ich werde diese Welt jetzt erstmal verlassen, Leute. Und ich werde auf jeden Fall hier noch privat dran weiterspielen. Wenn ihr davon mehr sehen wollt von dieser Welt, wie es hervorragend geht, dann lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, wir schauen mal ganz los in den Multiplayer. Was ist das jetzt hier? Ich... Ähm... Ich... Äh... Ich will hier raus! Lasst mich raus, ihr Affen! Sind das alles Sachen, die die gebaut haben? Nee, oder? Oder kann man sowas hier bauen? To exit the spawn area, enter TP und dann in Number Zero. Okay. Wow. Ich bin... Ich bin... Wo bin ich hier? Wir gehen nach Lenders Beach. So was kann man in diesem Spiel bauen? Alter. Alter. So was kann man in diesem Game bauen? Äh, was haben wir hier? Einen schönen Springbrunnen mit Plastikwänden. Und zwei Buttplugs. Äh... Ja! Interessant. Ja. Oh, es gibt ein... Ich kann kacken! Ich kann kacken in dem Game! Ha! Ha! Oh mein Gott, das ist das beste Spiel der Welt. Ich kann in diesem Game auf Klo gehen. Ja, schön, Alter. Krass. Oh, ich habe Schaden bekommen. Ja! Der Multiplayer-Server, äh... Der gestaltet sich als sehr, sehr spannend. Ich würde sagen, wir... Bin ich gestorben? Ich kann... Warte mal. Wie sieht das aus, wenn ich sterbe, Leute? Das will ich unbedingt erfahren. Wuhu! Okay, wir springen jetzt von diesem Haus ganz oben runter, Leute. So, die-die-die-die-die... Ich habe eine Mission. Wir bringen uns auch um. Denn das will ich schon. Die-die-die-die... Es ist Zeit für mich zu sterben und diesen Scheiß-Server endlich zu verlassen. Ich komme nicht drüber. Ist das dein Ernst? Achtung! Ja! Geil! Ich bin gestorben. Okay, Leute. Damit würde ich sagen, gehen wir mal ganz los in den Creative-Modus. Und jetzt ist das ganze Spiel einfach ausgegangen. Nice! Okay. Einzel Spieler. Neue Welt. Creative. Okay. Und los. Ah, okay. Ich kann mir jetzt einfach alles herstellen. Ich will alle Waffen haben. Ich mache mir jetzt erstmal einen Tisch. So, die steht jetzt direkt da. Interessant. Reptilgewehr. Okay. Kugel. Machen wir ganz viele. Ladeclip. Machen wir auch. Dann machen wir einen Kriegshammer. Alles her damit. So, und jetzt nehme ich mir die Sachen. Was? Keine Munition. Ich habe noch Munition, du Affe. Ach, scheiß drauf. Ich nehme meinen Kriegshammer. Stirb, Ziege. Stirb. Ja. Tod bist du. Das hast du da vorne, du Drecksziege. Oh. 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 Halt's Maul, Schwein. Halt's Maul, Schwein. Stirb, Ziege. Stirb, Ziege. Stirb, Baum. Ja. Ich fälle alle Bäume. Stirb, Schwein. Stirb, Schaf. Okay, Leute. Jetzt brauchen wir unbedingt Dynamit. Ich möchte unbedingt ausprobieren, wie das Dynamit ist. Aber ich würde auch gerne mit dieser Waffe schießen. Geil. Letztes Gewehr. Jetzt wird gejagt, Leute. Achtung. Bam. Bam. Headshot. Was ist Counter-Strike, Mann? Was ist Counter-Strike? Ich mache sie alle kaputt. Ich mache sie alle kaputt. Bleib stehen, Schaf. Bleib stehen, Schaf. Bam. Headshot. One-Hits sind das alles. Ja? Willst weglaufen, hä? Kannst aber nicht von meinem Streithammer weglaufen, Schaf. Bleib stehen. Wo bist du? Da. Stirb, Schaf. Stirb, Schaf. Ja. Jetzt machen wir uns Dynamit, Leute. Ich will unbedingt wissen, wie das Dynamit hier funktioniert. Hilfsmittel. So, hier. Wir brauchen eine Menge, Menge Dynamit. Wir brauchen eine ganze Menge Dynamit. Okay. Wir haben genügend Dynamit, nehme ich an. Auf geht's. Ah. Oh. Geil. Äh. Ja. Geil. Die gleiche Wasserphysik wie bei Minecraft. Wir brauchen mehr Dynamit. Wir machen ein riesiges Dynamitloch jetzt. Achtung. Auf geht's. So. Und weiter. Wir legen eine kleine Dynamitspur. Und hoffen einfach mal, dass dieses Dynamit jetzt hier oben auch da unten anzündet. Meint ihr, das funktioniert? Ich weiß es nicht. Geile Scheiße, Alter. Extrem geil. Extrem geil. Okay. Ich möchte weiter auf meine Waffe schießen. Bam! Headshot! Oh mein Gott, Leute. Ich möchte daraus eine kranke Montage jetzt geschnitten werden. Achtung. 360! Bam! Headshot! Oh mein Gott, ich habe einen Leoparden erschossen. Oder einen Tiger? Äh. Hat niemand gesehen. Ist nicht passiert. Nee, nee. Boom! Scheiße, das war ein Mist. Egal, 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 egal. Okay, okay, okay. Wir müssen ein bisschen in unserem Skill fallen, Leute. Achtung. Drei, zwei, eins. Bam! Und... Achtung, 360 und... Moment, wo ist der Typ? Das war ein Mist. Das war ein Mist. Oh mein Gott, ich bin so schlecht in dem Game. F6 platzieren. Ich kann jetzt hier immer weiter Sachen platzieren. Oh! Ich habe ein Fundament geschaffen. Ein Fundament für ein neues Videospiel. Interessant. Oh, ich kann das Terrain verformen. Boah, was ist ganz am Boden, Leute? Das wollen wir jetzt mal herausfinden. Kommt. Ähm. Ziemlich dunkel hier unten. Keine Ahnung. Wir machen einfach weiter, Leute. Wir machen einfach weiter. Ich brauche unbedingt eine Fackel. Ich muss mir ganz gerne eine Fackel machen. Ähm. So. Interessant. So, und jetzt kann ich mit... So, und wenn wir jetzt nach ganz unten gehen, will ich mal gucken, was da unten sich so aufhält. Interessant. Ich glaube, das geht... Geht das ewig? Das kann ja nicht sein. Das wird ja nicht ewig runtergehen, oder? Ist das ein endloses Game? Sowas gibt es doch gar nicht mehr, oder? Gibt es endlose Games? Ich habe keine Ahnung. Ähm. Es sieht so aus, als würde es einfach immer, immer weitergehen. Ich... Ähm. Ja. Ich... Ich glaube, das war es dann. Wenn ihr mehr von dem Spiel sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Ich werde es hier unten in meinem Loch und meiner Gatling Gun verrecken. Geile Zeit hatten wir auf jeden Fall zusammen. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde unglaublich gerne mehr von diesem Spiel bringen. Gerade von unserer Survival-Wert. Es hat extrem Spaß gemacht. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, smash den Like mal nach oben. Tschüss, tschüss, tschüss. Lieber es Bescheid. Ich bin damit raus und gehe jetzt zum Arzt. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschau, tschau, tschu. Tschau, tschau. 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 Tschau, tschau.